Hallo Freunde und willkommen. In diesem Video will ich euch eine einfache Möglichkeit zeigen, wie wir irgendwelche Programme oder Tools, die wir nicht so trauen, wo wir vielleicht denken, das könnte auch eine Malware sein oder ein Virus, wie wir solche Anwendungen trotzdem sicher testen können, also installieren und ausführen, ohne uns groß Sorgen machen zu müssen, dass unser PC oder Laptop von irgendeiner Malware befallen wird. Und zwar gibt es hier ein Tool, beziehungsweise es gibt da einige. Ich werde euch heute eins davon zeigen, was auch kostenlos ist. Es gibt auch hier natürlich eine Pro-Version, die ein paar Dollar kostet und auch ein bisschen mehr kann. Für uns reicht die kostenlose Version hier aber vollkommen aus. Das Tool heißt Sandboxy. Wie der Name ja schon verrät, geht es hier um eine isolierte Umgebung, auch Sandbox genannt. Ich habe das jetzt hier schon heruntergeladen und installiert. Das ist die Installationsdatei, sieht hier halt so aus. Nach der Installation haben wir hier in unserer Taskleiste dieses Icon hier Sandboxy Control. Und wenn ich das einfach mal starte, jetzt hier genau mit einem Doppelklick, dann startet jetzt hier unsere Sandboxy, unser Container, wo die Programme mal hier laufen werden. Genau, das ist jetzt hier das Menü hier. Ziemlich übersichtlich, finde ich. Was für uns jetzt mal interessant ist, hier der Sandbox Button. Und hier haben wir die Möglichkeit, unser Default Box hier. Wir können uns hier mehrere Sandboxen erstellen, ja mehrere Container. Allerdings funktioniert das nur mit der registrierten Version, mit der Pro-Version. Wir bleiben jetzt hier bei unserer kostenlosen Version. Genau, hier haben wir die Default Box und hier in der Sandbox starten. Hier sind ein paar vordefinierte Programme, hier wie Webbrowser, Mail-Programm, Windows Explorer. Wir können aber hier natürlich über unser Startmenü, haben wir die Möglichkeit, um da ein beliebiges Programm zu starten. Ich starte jetzt einfach von dem Firefox hier. Und genau, hier sehen wir schon das Programm, beziehungsweise die ganzen Tasks, die gerade hier in unserer Sandbox laufen, haben wir hier, ja. Und das Programm selbst, in meinem Fall Firefox, sehen wir, das hat hier eine gelbe Umrandung. Das sagt uns, dass das Programm gerade, ups, in unserer Sandbox hier läuft. Wir können jetzt natürlich auch über rechte Maustaste, hier in dem Kontextmenü haben wir die in der Sandbox starten. Das geht auch. Jetzt werden wir gefragt, in welcher Box, Default, wir haben nur eine. Und schon startet das ist der Chrome jetzt beispielsweise. Ich wollte noch. Genau. Wir sehen hier die gelbe Umrandung. Hier die ganzen Tasks. Wie gesagt, wir haben jetzt hier die Möglichkeit, genau, wir können ein Programm vielleicht downloaden, weiß ich nicht, Keygen vielleicht. Ja, wir nehmen jetzt einfach mal irgendwas hier für ein Beispiel. Okay. Zack. Ich lade mir das hier runter, hier. Und gleich ein Ordner. Ah, das ist okay. Das passt. Jetzt, genau. Wenn ich jetzt Chrome schließe, dann sind hier die Tasks auch weg. Und hier haben wir Inhalte anzeigen. Genau. Hier haben wir noch ein paar Einstellungsmöglichkeiten allerdings. Viele davon sind ja nur in der registrierten Version verfügbar hier. Ja, wir können zwingen, das Programm nur in der Sandbox hier starten. Genau. Internetzugriff beschränken für bestimmte Programme, Ressourcenzugriff und so weiter. Das lassen wir jetzt, aber für uns reichen jetzt hier die Default Einstellungen erstmal. Genau. Hier haben wir unsere Sandbox und Inhalte anzeigen. Und zwar wird hier auf unsere Systempartition, ja, auf C hier ein Ordner stellt. Sandbox. Und hier haben wir, ja, Benutzername, Default Box, User nochmal, Current. Und hier, genau. Hier haben wir AppData, ja, die ganzen Daten, die da gespeichert bleiben. Die sind hier in, ja, eine virtuelle Umgebung sozusagen. Und hier haben wir auch unsere Downloads hier. Das ist, genau, das Programm, was ich gerade heruntergeladen habe. Ich starte das jetzt einfach mal. Wir sehen, das startet auch direkt hier in der, in unserer Sandbox, ja, also vollkommen isoliert, wie gesagt, von meinem Betriebssystem hier von Windows und von meinem PC. Wenn das jetzt, weiß ich nicht, irgendwie ein Malware wäre oder ein Virus, dann wäre mein PC jetzt nicht gefährdet. Ja, ich generiere jetzt einfach mal ein Passwort. Genau. Und hier können wir dann, wenn wir mit unserer Session hier fertig sind, haben wir hier die Möglichkeit, die Inhalte zu löschen komplett, sodass nichts zurückbleibt. Und halt, hier sehen wir 341 Dateien, 103 Ordner, 170 MB halt, das können wir jetzt, beziehungsweise die Sandbox hier löschen. Ich mache vielleicht, zack, Sandbox, Default Box, wenn ich das jetzt hier lösche, dann genau, das ist schon, zack, sind alles, alle Daten weg hier. Wir hinterlassen also auch keine Spuren. Genau, hier haben wir nochmal unter Konfiguration vielleicht ein paar coole Optionen hier, und zwar unter Programm Alarm. Hier, wir können uns ein Programm hier hinzufügen, wie zum Beispiel Firefox, meinetwegen jetzt hier für das Beispiel. Und wenn das Programm jetzt außerhalb der Box startet, dann werden wir, ja, eine Warnmeldung bekommen, die so aussieht. Zack, ja, wir bekommen hier, Achtung, Firefox wurde außerhalb der Sandbox gestartet. Kann vielleicht auch hilfreich sein. Dann haben wir hier Windows Explorer Integration, hier die Möglichkeit, uns eine Verknüpfung genau zu erstellen. Default Box, und ich nehme mal wieder den Firefox hier, zack, und schon wird hier eine Verknüpfung gestellt. Und wenn wir jetzt Firefox über die Verknüpfung hier starten, dann startet Firefox automatisch direkt in der Sandbox. Hier, zack, vielleicht auch ganz cool. Genau, das war's, denke ich, auch schon alles. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen weiterhelfen. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, einfach ein Kommentar hinterlassen. Über ein Abo oder ein Like, wenn es euch gefallen hat, freue ich mich natürlich auch. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.